Warte, was geht? Herzlich willkommen zurück auf die Zu-Kanal mit mir, euer mir Lexus und herzlich willkommen zurück zum Mario Kart 8 Deluxe. Mit dabei sind Rufus, Sinem, Marvin und meine Wenigkeit. Vielleicht werden es noch im Laufe dieser Folge mehr, weil ich dachte eigentlich beim letzten Mal, dass es ja nur ein Dreikampf wird. Auf einmal wurde aus einem Dreikampf ein Vierkampf, ja. Und Rufus hat gut mitgemischt, ja. Wir machen jetzt aber aus vier Rennen machen wir sechs Rennen, ja. Das war, äh... Und ich glaube, wir machen jetzt mal ohne... Ohne kommt's. Wir machen ohne kommt's. Damit es wirklich dieser reine Vierkampf ist. Grand Prix, ohne Teams, furiose Items, ohne Komms, alle Fahrzeuge, sechs Rennen. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Genauso. So und nicht anders. Sehen wir, wenn jetzt Copper Cup kommt, ne, dann, äh... Dann raste ich jetzt aber wirklich komplett aus, ne, weil die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Ich kenne diese Strecke hier bei Mario Kart 8 Deluxe noch nicht. Jetzt wollte ich grad ansetzen, ne? Aber es wird zum Glück Donkey Kong Schikane. Die IK, Donkey Kong. Let's go, erstes Rennen. Ich bin Speed, ein Sieger, drei Verlierer. Let's go! Und Sine hat natürlich den Start verkackt. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Hi, Schnee. Let's go! Anruf ist vorbei. Hey, da vorne ist Sine. Da. Da. Komm her, Sine. Komm. Die will mich treffen. Die will das. Sie will das. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Sie nimmt nicht mit mir. So, Rufus und Marvin ballern sich da hinten schön ab. Und dann bin ich außen vor. Uhuhu. Das war mal anders, knapp du. Ich krieg sie nicht. Ich krieg sie einfach nicht. Komm her, Sine. Oh, jetzt ist die weg, ey. Jetzt ist die weg. Komm her, Sine. Come on. Das, das, lass ich nicht zu. Ich krieg sie einfach nicht. Ich beiß mir da die Zähne aus. Und, Alter. Oh. Ne, die krieg ich nicht mehr. Die ist zu, die ist schon zu weit weg. Oha, wo fahr ich denn hin? Oha, wo fahr ich denn hin? Uhuhu. Okay. Ja, da ist ein bisschen die Spannung raus, muss man sagen, ne? Da weiß ich mir die Zähne leider aus. Aber Sine muss auch mal eine Chance haben, leider. So, wieder Excitebike nehme. Sine hat auch mal die Krone. Toll. Hat sie, hat sie toll gemacht. Mitleidsapplaus für die Sine. Das war mal das Nächste. Oh, Waluigi-Flipper. Auch nicht schlecht. Ich will nicht Copacab fahren. Ui. Yoshi Island. Let's go. Richtig geile Bongos hier am Start, ey. Trommeln, ey. Richtig stark. Ach, bin ich ein Duli. Wo flieg ich denn hin? Tö, 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 tö. He, 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 he. He, 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 he. Let's go. Habe ich da gerade zwei auf einmal getroffen? Habe ich da Sinem und Rufus getroffen? Eju. Alter, Marvin, ey. Du gehst mir heute so auf den Sack, ne? Mr. Krabs auch. Nein, 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 nein. Äh, äh. Rufus. Rufus. Mein Gott, ey. Lass mich doch auch mal jetzt wieder vor, ey. Bitte. Hallo, Marvin müssen wir aufhalten hier. Wuhu. Ich hab da grad so ein bisschen die Flashbacks vom letzten Mal, ne? Oh, Sinem, ey. Rufus und Sinem. Ihr habt euch gegen mich verbündet. Ich merk schon. Ah, die hat auch einen Stern. Scheiße. Oh, jetzt krieg ich die Doppel nicht. Oh, so viele Rote. Ich glaube, Marvin hat schon gewonnen, ne? Ne, das ist noch nicht durch. Das ist noch nicht durch. Das ist noch nicht durch. Aber ich bin auch noch nicht durch. Ich bin auch noch nicht durch. Mixinator kommt auch noch. Er spielt auch Mario Kart. Weiß ich, vielleicht nächste Runde ist er dann dabei. Boah, dann sind wir aber Hardcore am Arsch. I'm ready. I'm ready for this Herausforderung. Challenge accepted. Drittes Rennen, wir sind bei der Hälfte. Let's go. Ich muss irgendwie schauen, dass ich definitiv mal vor Marvin komme, weil das kann nicht sein, dass er immer gewinnt. Das ist der neue Löhr oder was? Schießt du oder schieße ich? Oder so. Ich bin in den Arsch vom Pinguin gefahren. Nein. Wo ist die Sinem, ja? Sinem. Wenn Sinem vor mir rumgurkt, komme ich nicht weiter. Jetzt hat die was eingesammelt. Die hat einen Geist. Ja. Let's go. Oh. Oh nein. Oh, da fahr ich wieder schön vorbei. Nöööööö Siehe aber ey Ich glaub, die spinnt Mal haben die schon so weit weg, ey da vorne gurkt da irgendwo da um die Kurve fährt er grad Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da! Da, 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 da! Zinem ist auch da! Ich hör sie! Ba, ba, ba! Oh, mein God! Ui. Zinem, Zinem, Zinem. What are you doing with me? Aber Zinem und ich sind jetzt punk-gleich. Nächste Runde. Es muss einmal Excitebike kommen, Leute. Excitebike? Ohne Excitebike ist das hier kein Discord drin. Wir müssen einmal Excitebike fahren. Einmal. Und dann gar nicht mehr. Aber ich bin... Cine hat's verstanden. Cine und ich sind connected miteinander. Cine und ich, yeah, you know what it is. Let's go! Wir fahren Excitebike. Wir fahren Excitebike. Let's go. Komm, ich möchte jetzt einmal bitte vor einmal bitte vor Marvin fahren. Danke, ja. Für das Rennen. Au, ab Cine. Ach, ich... Dulli, ey. Ich dämlicher Dulli. Ah, ah, ah. Der hat sich selber getroffen. Ja. Let's go. Den nehm ich mit. Huah. Oh mein Gott, die Bombe. Den nehm ich gerne nochmal. Oh, der hat auch ein Mummerang. Huah. Ah, scheiße. Ich hab's gesehen. Mann. Komm schon, Rufus. Rufus. Oh, Rufus. Ich find das langsam nicht mehr lustig, Rufus. Komm her, komm her. Ich muss irgendein Geschenk, muss ich mitnehmen. Rufus. Oh, es hat auch einen Stern. Ich komm nicht an Rufus vorbei. Cine hat einen Fehler gemacht. Cine hat einen Fehler gemacht. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Rufus, schieß die Cine ab. Schieß die Cine ab, nicht mich. Das war zu spät. Das war zu spät, Rufus. Das war zu spät. Wir sind nicht miteinander connected. Ja, jetzt zieht Marvin wieder vorbei. Jetzt komm ich da nicht mehr hinterher. Das war mal ein Schuss in den Ofen hier. Und zwar ein ganz gewaltiger. Wario, Abfahrt bitte einmal. Danke. Oh, Cine auch wieder ganz klassisch unterwegs. Da war ich auch gerade am überlegen, ob ich die nehmen soll. Ich merk, Cine und ich, wir sind miteinander connected. Ja, ich muss sagen, auf die hab ich doch ein bisschen mehr Bock. Auf die hab ich doch mehr Bock gehabt. Ah, das ist bis zu drei. Let's go. Ich weiß gerade gar nicht, ob für mich überhaupt noch Treppchen müsste, glaube ich, da sein. Drinnen sein, aber ich darf mir keinen Bock mehr erlauben. Zweiter Platz. Oder besser. Zweiter oder besser. Was anderes kommt für mich eigentlich gar nicht mehr in Frage. Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht so machen, aber okay. Rufus. Rufus. Let's go. Einmal vorbei. Der hat einen roten Panzer, das sehe ich. Deswegen fahre ich nicht vorbei. Nein, ich hab ihn nicht weggeworfen. Boah, wo fahre ich denn hin, ey? Scheiße, jetzt hat er mit dem Bock, hab ich natürlich jetzt ein Riesenproblem. Ich glaube, die Boys da vorne kriege ich nicht mehr. Oh, Alter, ey. Ich fahre volles Fund rein. Die beiden bekriegen sich da jetzt. Ich sehe, dem holt sich den lockerflockigen Win. Nein. Ach, das glaube ich alles nicht. Ich muss zweiter bleiben jetzt. Komm an. Die Chancen jetzt, Treppchen zu bleiben, sind gut. Ich muss das Ganze jetzt nochmal schaffen. Am besten erster. Am besten erster. So. Was machen wir als letztes? Komm, ich will Disco-Drom. Den Disco-Drom. Disco-Drom. Ich möchte Fahre-Disco-Drom. Ich wollte schreien, ich bin etwas nervös. Ja, natürlich siehle wieder mit ihrer Peach-Strecke. Boah, schade. Ich hätte gedacht, das wird jetzt mal eine fette Party. Letztes Rennen. Punktemäßig ist da noch einiges machbar. Wenn Marvin jetzt verkackt, ich wäre der Erster, Sinem wird Dritter und Rufus Letzter. Äh, äh, Sinem wird Zweiter. Ich habe schon gar keinen Plan mehr, was ich jetzt gerade gesagt habe. Marvin muss natürlich medial Verletzter werden und nicht Erster. Boah, wo fliegt, warum fliegt er denn? Boah, da fahre ich natürlich volles Fund rein. Ich habe keine Ahnung, wer von euch hier jetzt gelegt hat. Rufus oder Marvin, einer von euch beiden. Aber das war sehr gut gelegt. Boah, zu eng genommen, die Kurve. Boah, da kommen die anderen auch schon angeflogen, ey. Let's go. Den nehme ich direkt hier. Boah. Let's go, die Sinu habe ich auch weggebombt. Rache wird am liebsten kalt serviert, ne? Komm her, Rufus, komm. Kämpfe wie ein richtiger Mann. Nein, die Double. Ich wollte die Double haben. Come on. Der Plan geht sogar eventuell auf. Sinem muss jetzt, Sinem ist zweiter. Rufus muss dritter werden. Ist der Plan auf? Oh, Marvin hat es aber noch geschafft. Jetzt ist punktemäßig für mich, Sinem und Marvin noch alles drin. Jetzt ist alles drin. Ach, scheiße. Wir haben doch das, das war das letzte Rennen. Und ich habe mich schon so gefreut, ey. Egal, in meinen Bronzefokal abgesahnt. Let's go. Boah, das kannst du keinem erzählen, das ist ja voll peinlich, ey. Okay, Leute, ich bin raus für das Video. Ich merke mich bei euch für das Einzelne, für das Zuhören, alles an den Rauch. Sinem, Rufus und Marvin. Ich merke mich auch bei euch dreien fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal, ne. Würde ich sagen. Wir machen noch eine Folge, würde ich sagen. Noch einmal. So. Und dann bin ich raus, wie gesagt, für dieses Video. Und dann, wie gesagt, ne. Dann nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute rein. Hab einen schönen Tag. Euer Lexus und Peace. Ja, nix nächstes Mal gewinnst du Sinem, vergiss es.